Endlich ist sie da, die C1 Klassifizierung für die DJI R2S. Zeitgleich zum Launch der Avata 2 hat DJI auch die R2S C1 klassifiziert. Was ihr dazu tun müsst, wie lange das Ganze dauert, das erfahrt ihr in diesem Video, wie immer nach dem Intro. Also, bleibt dran! Hallo, willkommen auf das Welt-YouTube-Kanal und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die DJI R2S hat nun endlich die C1 Klassifizierung bekommen. Es hat ja lang gedauert, erst hieß es irgendwie im Januar, dann wurde das Datum auf März verschoben, dann hat DJI im Prinzip gar nichts mehr dazu gesagt und viele haben schon daran gezweifelt, ob überhaupt noch eine C1 Klassifizierung für die R2S kommt. Und so ganz still und klamm heimlich zum Launch der Avata 2 hat DJI neues Firmenupdate herausgebracht, hier für die DJI R2S. Und das werden wir erstmal installieren und schauen uns mal an, wie dieser ganze Prozess denn jetzt nun tatsächlich abläuft. Wenn ihr also die R2S einschaltet, den Controller, bekommt ihr normalerweise schon das neue Firmenupdate angeboten. Wenn nicht, geht ihr einfach unter Info-Update suchen und dann bekommt ihr auf jeden Fall das neue Firmware-Update angezeigt. Und da sieht man jetzt folgende Änderungen. Und zwar einmal Edit Support to Reset All Settings and Clear All Data. Das hatten wir schon mal, ich wusste gar nicht, dass es hier noch gar nicht implementiert war. Schauen wir uns gleich mal an, was darunter zu verstehen ist. Dann natürlich ganz wichtig, Added Support for EU C1 Certification, also die C1 Klassifizierung. Endlich ist sie da. Und natürlich auch Added Support for Remote ID Requirements of some countries and regions. Natürlich auch hier für Europa und Deutschland. Auch das zeige ich euch gleich, wo man die Remote ID einträgt und welche Folgen das Ganze hat. Dazu gibt es auch ein Update für die Fernsteuerung. In dem hier enthalten ist Supports Updated Fly Share for Fast File Transfer Directly from Remote Controller to Your Phone. Das glaube ich, wird hier nur angezeigt, weil diese Fernsteuerung hat schon länger kein Update bekommen. Das gibt es meiner Meinung nach schon länger. Deswegen gehe ich da auch nicht jetzt genauer drauf ein. Und dann noch ein wichtiges Feature, um halt eben auch die Fly App auf der Fernsteuerung zu aktualisieren, ohne dass man jedes Mal ein komplettes Firmware Update für den Controller ziehen muss. Nachdem das Firmware Update installiert ist, schauen wir uns die App an. Da sieht man noch nicht wirklich viel Neues. Unter Info seht ihr hier unten einmal die Option, dass man halt eben hier alle Daten zurücksetzen kann. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das muss es vorher auch schon gegeben haben. Macht Sinn, wenn man die Drohne verkaufen will und sie komplett entpersonalisieren möchte, damit da niemand mit euren Datenunfug treiben kann. Der nächste Punkt ist jetzt natürlich die Remote-ID. Ihr seid verpflichtet, bei einer C1-klassifisierten Drohne diese Remote-ID hier auch wirklich in der App einzutragen. Das ist eben die ID, die ihr vom Luftfahrtbundesamt bekommt. Und damit könnte halt eben auch jeder Bürger, aber auch jede Behörde diese ID einsehen, wenn ihr in der Luft seid und Bürger zum Beispiel euch anzeigen, wenn ihr über sein Grundstück fliegt, was ihr nicht dürftet, weil ihr könntet dann per App die Remote-ID sehen. Ich habe dann mal im Play Store geschaut, ob es dann auch so eine App gibt. Und tatsächlich gibt es eine, die nennt sich Drohenscanner. Und wenn man die startet und geht dann auf seinen Standort hier, dann könnte man hier tatsächlich schon scannen und würde also hier so eine UAS-ID bekommen, ob das Ganze wirklich funktioniert. Ich habe es ein paar Mal schon irgendwo mal gestartet, wo ich auch im Urlaub jetzt neulich war. Aber wie man sieht, ich sehe da jetzt keine Drohnen. Das könnte man ja mal im Anschluss ausprobieren. Werden wir dann auch tun, ob man dann tatsächlich hier dann die Drohne sieht, wenn eine Remote-ID eingetragen ist. Bevor wir das ausprobieren, gehen wir aber erstmal hier in der Übersicht der Fly-App auf Service. Und wenn wir da auf Service tippen, dann bekommt man einige Möglichkeiten angezeigt. Unter anderem die Möglichkeit, die Drohne klassifizieren zu lassen. Dort werden wir jetzt einfach C1-Label beantragen. Das hatte ich schon ein paar Mal vorher probiert. Und dann kam dann immer, dass die Drohne das C1-Label nicht unterstützt. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt bekommt ihr eure Drohne angezeigt. Und zwar mit der Seriennummer und auch eure Lieferadresse. Und wenn man jetzt da ein bisschen weiter nach unten scrollt, bekommt ihr dann auch alle Informationen für das C1-Label angezeigt. Zum Beispiel, dass es innerhalb von 20 Arbeitstagen verschickt wird. Und dass ihr dann drei Fotos hochladen müsst, um das eben auch zu beweisen, dass ihr das C1-Label auch angebracht habt. Und wenn ihr das dann auch wieder hochgeladen habt, dann wird quasi die C1-Klassifizierung gültig. Ganz wichtig, natürlich nicht vorher. Und wenn man jetzt bestätigt, dass man das alles gelesen hat und auf Submit geht, dann wird der Antrag auf die C1-Klassifizierung abgeschickt. Und man kann sich dann hier unter Track Your Application auch den Fortschritt anzeigen lassen. Und da seht ihr jetzt verschiedene Fortschrittsstufen. Einmal hier Application Received. Das heißt, der Antrag ist eingegangen. Und dann seht ihr auch, wenn das Label verschickt worden ist. Dann der dritte Punkt, wenn ihr eure Fotos dann der aufgeklebten Labels eingeschickt habt. Da werde ich dann ein extra Video so machen, und euch das natürlich auch zeigen. Und dann im nächsten Schritt von DJI geprüft wurde. Ja, und dann Application Completed. Dann habt ihr eine C1-Klassifizierte Drohne und dürft damit genau das gleiche machen, wie mit einer R3 beispielsweise. Ihr müsst keine 150 Meter Abstand mehr zu Wohngebieten, Industrie- oder Erholungsgebieten einhalten. Was ja letzten Endes der Grund ist für die C1-Klassifizierung. Ohne dann irgendwie eine Mitgliedschaft im Verband abschließen zu müssen. Und dann wollte ich natürlich mal wissen, ob dieser Drohne-Scanner wirklich funktioniert. Das heißt, ich bin raus in den Garten gegangen und habe meine Drohne mal gestartet, die R3S, und ein bisschen schweben lassen und dann mal die App gestartet und geschaut, ob jetzt dann meine Betreiber-ID angezeigt wird. Und es wurde nichts angezeigt. Das heißt, diese App funktioniert tatsächlich nicht. Ich kenne noch keine App, die sowas aktuell kann. Wenn ihr eine kennt, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch weitere Kommentare, Kritik oder Anregungen. Bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, mich ihr seid, YouTube-Kanal.